Musik Ja, moin moin, liebe Zuschauer von Erichs Talk. Ja, ihr seid sicherlich verwundert, wer sitzt nicht hier? Erich. Ja, hier sitzt Udo, Udo Maas. Erich sagt immer, ich bin sein Zeitkick, ich begleite ihn bei vielen seiner Projekte. Und die letzte Zeit hat man nicht mehr viel von ihm gesehen. Und nun heute ist er wieder da. Erich, schön, dass du da bist. Schön, dich wieder zu sehen. Ja, schönen Dank. Und für mich ungewohnt, in meinem eigenen Studio anmoderiert zu werden, im Rahmen eines Erichs Talks. Ja, ich wollte dieses Thema mal zu Anlass nehmen. Ich war lange nicht da. Wir haben lange kein Erichs Talk gezeigt. Social Media ist weniger in Aktivität gewesen. Ich wollte mal einfach kurz mit dir darüber reden. Und einfach im Rahmen dieses Talks mal erzählen, dass ich, oder was die Gründe dafür sind, dass ich mich so rar gemacht habe. Ja, dann erzähl doch mal, Erich. Was war denn gewesen? Also, das größte Problem, was ich eigentlich in den letzten Monaten hatte, ist einfach, ich habe mich entschieden, schon ein paar Jahre vor Corona eine Steuerkanzlei zu erwerben. Im Nachbarort hier. Ja, wir sind im Kontakt gewesen. Das hat alles ganz gut geklappt. Und eine sehr analoge Steuerkanzlei. Also, es war schon eine Herausforderung, also, wenn man da so unterwegs war an den Räumlichkeiten. Das war schon sehr spannend, um das nett auszudrücken. Und ich habe mich aber entschieden, das zu tun. Ich wollte das schon immer mal tun. Sicherlich auch einer der Gründe, warum ich da reingesprungen bin. Denn die Nähe zu meiner Kanzlei war ein Grund. Man kann das gut integrieren. Man kann erst mal zwei Standorte gut handeln. Und dann kam Corona. Wie uns alle das Thema ereilt hat, hat mich das auch in dem Bereich ereilt. Und ich bin dann ein bisschen, ja, nicht so vorangekommen mit dem Kanzleikauf. Wir haben die Mandate nicht in der richtigen Intensität kennengelernt. Und wir haben alle unsere Challenges gehabt. Jede Kanzlei für sich, die Corona-Thematiken. Und dann, ja, wanderten wir so ein bisschen in das Jahr 2000, Ende 2021, 2022 rein. Die Termine wurden konkreter. Dann hat sich das aus technischen Gründen ein paar Mal verschoben. Die Übernahme sollte eigentlich zum 01.01.2022 passieren. Wurde dann aber erst gemacht im 01.07.2022. Und, ja, und da fing im Prinzip eigentlich dann, ja, da fing es an, rubbelig zu werden. Du hast ja eine rein digitale Kanzlei. Ja. Wie waren dein Gefüge gewesen, als du sagst, hm, ich übernehme jetzt eine rein analoge Kanzlei. Hattest du ein gutes Gefühl? Hast du gesagt, pack ich? Oder wie war das damals gewesen? Ja, weißt du, Udo, ich glaube einfach, da ich ja meinen Laden auch digitalisiert habe und das relativ zügig in einem relativ kurzen Zeitraum und zwar komplett digitalisiert habe, da habe ich einfach breite Brust gehabt. Das packe ich auch bei einem anderen Laden. Das wird ja nicht das Problem sein. Ich habe aber völlig unterschätzt einfach den Punkt, dass es ja erst mal zwei Firmenkulturen gibt. Ja, dass die Kanzlei ganz anders geführt worden ist. Und zwar ist sie technisch irgendwo stehen geblieben von Datestand von vor 20 Jahren. Ist das auch bei den Mitarbeitern so gewesen dann? Ja, es waren schon gewisse digitale Mandate vorhanden, aber das wurde halt nicht richtig genutzt, weil es halt kein beigebracht worden ist. Also da fehlte einfach Führung in dem Bereich. Denn die Notwendigkeit, das zu tun, mit den Mandaten zu reden, das wurde halt wirklich oldschool, ohne Bankmanager, ohne alles, händisch die Belege eingebucht. Teilweise sogar noch kontiert bei einigen. Ja, das hört sich nach 90er Jahre fast an. Ja, das ist so, kenne ich das aus der Lehre. Und das war halt eine Challenge. Und ich bin aber der festen Meinung gewesen, die ohne Probleme zu schaffen. Und jeder von den Kollegen, der hier zuschaut und vielleicht mal eine Kanzlei gekauft hat, der weiß, glaube ich, jetzt, wovon ich rede. Also wir haben nicht nur das kulturelle Problem gehabt und dass es analog ist. Analog kann man ändern in digitalen Wege, die Mandanten mitzunehmen. Aber man muss mit den Mandanten reden. Man muss die Leute mitnehmen. Man darf sie aber auch nicht überfordern. Und wir sind am Anfang auch einfach an technischen Geschichten gescheitert. Wer rechnet damit, dass es eine 16 Mbit-Leitung noch gibt? Also, dass die vorherrscht. In Deutschland hört man sowas gelegentlich. Ja, aber ich hätte nie geglaubt, dass das halt in der Kanzlei... Aber ich habe es auch nicht erfragt. Ich habe einfach viele Dinge nicht erfragt. Okay, das wird selbstverständlich dann. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das alles passt. Dann mussten wir erst mal acht Wochen auf den Glasfaseranschluss warten. Der lag zum Glück in der Straße. Das war also unser Vorteil. Dann haben wir die Migration gemacht. Jeder weiß, wer eine Migration gemacht hat zwischen zwei Kanzleien, zwei Dativ-Kanzleien, Mandatsnummern neu anlegen. Es gibt Doppelgänger. Man muss das alles frisch machen. Das kostet irre viel Zeit und Geld. Ich kann mich noch in den Sinn, Erich, du hast im Mai ja ein Meeting mit allen Mitarbeitern aus der Kanzlei in Schenefeld und aus der Kanzlei in Pinneberg gemacht. Du hast hier in Hamburg ein Hotel, ein paar Zimmer angebucht, dass jeder bleiben konnte. Wie hast denn das empfunden, diesen ersten Schritt zu sagen, wir kommen jetzt mal auch emotional ein bisschen näher heran? Ja, ich glaube, der war wichtig, dass wir das gemacht haben. Ich war ja schon im Prinzip fast zweieinhalb Jahre sozusagen vor Ort oder drei Jahre. Immer mal wieder, nie permanent. Ich habe einfach mein eigenes Leben gehabt, meine eigene Kanzlei. Wie ihr wisst, ich mache das Erichs Talk. Ich bin viel unterwegs für die Dativ, bin Berater für Berater. Das heißt, ich war auf den Regional-Info-Tagen. Das heißt, ich war auch immer häufig nicht da und habe das einfach erwartet, dass es so klappt. Und das war auch der Grund, diesen Workshop zu machen, der dann passenderweise im Trendy-Wars-Au-Hotel in der HafenCity standgefunden hat, zu unserer 25-Stunden-Woche analog. Drei Tage. Das passte sehr gut. Das war ein toller Moment. Ich glaube, das hat dem Team auch gut getan. Da nochmal sich erstmals über mehrere Tage mit Übernachtung näher zu kommen, abends zu sprechen. Abends Events gemacht, dass die Leute auch zusammen, das ist aber das typische Bierchen zusammen, getrunken haben und sie auch näher kennengelernt haben. Das war ein toller Moment. Wir haben eine tolle Hafenrundfahrt gemacht am zweiten Abend, vier Stunden lang mit Buffet und DJ an Bord. Wir haben am ersten Abend eine Bulli-Tour-Stadtrundfahrt gemacht. Also einfach so Besonderheiten auch kennengelernt. Also wir haben kein Standardprogramm gemacht. Das hat schon das Team, glaube ich, zusammengebracht. Das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Du warst ja selber auch mit dabei. Ich habe das genauso empfunden. Das war wirklich eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung gewesen, um hier die zwei Kulturen, wie du es genannt hast, auch ein bisschen näher zu bringen. Herr Jörg, du hast ein bisschen erzählt, was die Schwierigkeiten in den letzten Monaten waren. Jetzt frage ich dich mal, wie wird die Zukunft aussehen? Was hast du im Plan? Wann glaubst du, dass du das Thema so weit kriegst, dass du sagst, du bist so richtig in der Fahrt? Und dass sich das Ganze auch wirklich für dich dann wirklich gelohnt hat? Was ist so dein Plan? Was sind so deine Gedanken? Also ich denke, wir werden noch das Jahr 2023 benötigen, weil wir auch noch zwei Standorte haben. Wir planen, die Standorte zusammenzulegen, Pinneberg aufzulösen, alles nach Schenefeld zu legen. Wir haben hier genügend Platz und Räumlichkeiten. Ich glaube, wenn man ein Berufsträger ist und zwei Standorte hat, dann ist es ganz schwierig. Ich bin nicht in Pinneberg immer vor Ort, habe also nicht das Gefühl, dass ich da allen gerecht werde. Genauso habe ich das für Schenefeld nicht das Gefühl. Ich bin hier nicht immer vor Ort. Ich werde hier nicht allen Leuten gerecht. Ich habe zwar eine kurze Distanz, ich kann hin und her fahren. Das dauert zehn Minuten pro Fahrt. Aber es ist immer ein Aufwand, man ist immer raus aus den Themen. Es ist sehr schwierig, da den Weg zu finden. Ich glaube, wenn wir den einheitlichen Standort haben, hier in Schenefeld, dann wird erst der richtige Flow kommen, dass die Leute sich erstmal natürlich hier eingewöhnen müssen. Das ist natürlich dann für den Pinneberger Standort die größere Challenge, rüberzukommen. Wir kennen das hier alles. Aber wir versuchen das jetzt schon zu gestalten, dass wir jetzt vereinzelt Mitarbeiter rüberholen, dass die mal zwei, drei Tage hier arbeiten, dass die in das Teamgefühl kommen. Wir sind in der Digitalisierung ein ganzes Stück weitergekommen. Wir haben da viele tolle Tools im Einsatz, die wir jetzt dort im Prinzip hochgefahren haben, um schnell digitale Buchungssätze zu bekommen, unter anderem Buchhalter Pro, was wir da wirklich skalieren, was gut läuft. Wir haben Mandate umgestellt in Unternehmen online. Ich habe immer gehört, ja, die Mandate, die wollen alle nicht digital werden und wollen sowas nicht zu tun haben. Aber ich habe gemerkt, in den Gesprächen mit den Mandanten, ich bin vor Ort gewesen bei vielen, habe das angesprochen, da ist die Ablehnung doch eher geringer. Also da ist die Skepsis, aber nicht so, ach, wir wollen das überhaupt nicht. Sondern ich glaube, das kommt immer darauf an, dass man einfach mal auch mit einer Souveränität, die das erklärt, wir leben das ja, das ist authentisch, als wenn ich das erzähle, als jemand, der es gar nicht lebt und einfach nur eine Story erzählt. Das führt dazu, dass, glaube ich, das nicht so übernommen wird. Mein Beispiel ist immer gerne in den Vorträgen, das ist immer so, wenn ich Angst vor Hunden habe, dann muss ich einfach latent die Gefahr haben, dass ein Hund mich auch mal beißt. Da komme ich eben nicht drum herum wahrscheinlich. Und wenn ich den Mandanten vielleicht unterstelle, ich signalisiere, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von einer Digitalisierung oder einer Anfängung der Digitalisierung, dann glaubt mir der Mandant das nicht, dann kauft er mir das nicht ab und dann wird es unsauber und nicht überzeugend rübergebracht und dann wird es auch nicht stattfinden. Also das heißt, man muss schon klar definieren, was man will und das auch belegen mit Qualität. Erich, ich weiß auch, dass du in der Zeit, nachdem du die Kanzlei übernommen hast in Pinneberg, auch personaltechnisch etwas mehr aufgerüstet hast, als du es ursprünglich geplant hast. Ich glaube, erzähl mal ein bisschen was drüber, ich glaube, du hast schnell erkannt, dass du ein bisschen mehr Führungskräfte und Macher vielleicht auch noch ein bisschen in der Kanzlei brauchst. Wie hast du das da zu der Zeit empfunden? Ja, am Anfang bin ich da reingegangen in das Thema, wo ich sagte, ich übernehme den Laden, habe mein Personal, habe das Personal in Pinneberg. Okay, da sind dann auch zwei Leute gegangen im Vorwege vor der Übernahme, die mussten wir irgendwie ersetzen. Das haben wir dann auch hinbekommen. Aber es war halt schon eine Challenge, diese ganzen Aufgaben, die da auf uns zukommen. Und ich glaube, ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, das war eher im Unterbewusstsein, dass ich da noch mehr Hilfe benötige. Ich habe halt einfach das Glück, durch die 25-Stunden-Woche, dass ich relativ bekannt bin in der Republik. Ich bekomme relativ viele Initiativbewerbungen. Das ist gut. Und da wurde ich halt von einigen Leuten angeschrieben oder angerufen. Oder ich hatte schon Kontakt gehabt im Vorwege und erinnerte mich daran, dass es diesen Kontakt gab, dass Interesse daran bestanden, habe das denn im Prinzip in die Wege geladen. Ich sagte, Mensch, das kannst du bei mir anfangen, wenn du Bock hast. Ich kündige doch deinen Job. Und da habe ich halt wirklich hier Leute eingestellt. Ich nenne sie mal hier meine liebe Uta, mit der habe ich sogar die Beratervorberatung 2004 gemacht. Und die war sozusagen auf dem Markt, um das mal so salopp zu sagen. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du das. Und ich habe natürlich mehr Personal eingestellt, als es eigentlich in der Kalkulation drin war. Das hat auch natürlich zu wesentlich höheren Kosten geführt, die ich monatlich habe. Aber das war notwendig. Also ohne das Personal hätten wir so gar nicht das geschafft, das abzubilden. Da sind wir baden gegangen, ganz ehrlicherweise. Das ging natürlich auch deutlich zulasten meines Gewinnes. Aber ich sehe das halt ins Investment in die Zukunft an. Wir sind jetzt halt, wenn ich dich mit zuzähle, dann sind wir irgendwie 16 Leute insgesamt. Und da muss man schon eine gewisse Führung auch drin haben. Wir haben da jetzt im Prinzip, der Altinhaber ist noch dabei bis Ende 2024. Der wird dann ausscheiden. Das machen wir, um die Mandate noch besser kennenzulernen, die Bindung zu haben. Das haben wir halt vorher nicht so hingekriegt. Deswegen ist das noch notwendig. Dann haben wir da eine langjährige Mitarbeiterin, die Kanzleileidung sozusagen in Pinneberg ist. Uta und der Dennis hier bei mir in Schenefeld. Und die drei werden auch zukünftig meine Kanzleileitungsebene sein, die also das Tagesgeschäft managen. Und das brauchst du auch bei so vielen Leuten mittlerweile, weil das kriegst du alleine alles gar nicht mehr gewerkstelligt und hin. Und das ist auch das, was mich teilweise auch überfordert hat. Und diese ganze Migrationsphase, die hat so viel Nerven und so viel Stress auf allen Seiten produziert und gekostet, dass ich mich einfach irgendwann mal entschieden habe, kürzer zu treten mit den anderen Projekten, wie Social Media, wie Erichs Talk. Und ich kann auch ganz ehrlich oft zugeben, man mag ja vielleicht über mich eine Meinung haben, der Erich ist immer vorneweg und immer laut und der schafft das alles und der macht das alles. Aber auch so ein Erich ist dann mal schwach und fühlt sich auch klein und ist einfach mal ausgepowert. Ich kann das bestätigen, Erich. Ich habe dich die ganze Zeit begleitet. Wir haben auch ein paar Tage zusammen auf Teneriffa verbracht, um einfach mal alles nochmal neu zu durchleuchten. Also wir haben nicht nur Urlaub gemacht, wir haben auch gearbeitet. Und ich muss sagen, ja, ich habe gemerkt, es tut es gut, einfach mal ein paar Tage raus zu sein. Aber man merkt auch jetzt langsam, das kann ich jetzt sagen, man merkt jetzt auch langsam, dass der große Schmerzwohl jetzt langsam vorbeigeht. Und wie du sagst, dann hat der Gewinn ein bisschen gelitten. Aber ich glaube, die Investition ist unter dem Strich mittel- und langfristig vollkommen richtig gewesen. Ja, und vor allen Dingen, wenn man auch, ich sage mal, Personal auf dem Markt bekommt, die auch eine, man weiß es ja immer nicht genau, aber wo man vermutet, dass die Qualität hin da. Ich habe einen Mitarbeiter eingestellt, der Lennart, der arbeitet mobil komplett. Der ist gar nicht unterwegs. Also der ist mit seinem Wohnmobil unterwegs. Mit dem kommuniziert sich per Teams. Und der hat mal vielleicht die Ambition, den Berater zu machen und dann sich auch weiterzuentwickeln im Unternehmen. Das werden wir einfach mal schauen, wie das die Zeit bringt. Aber solche Leute, die haben sich bei mir proaktiv beworben. Und dann finde ich das sehr spannend, solchen Leuten auch eine Chance zu geben, die das Thema Arbeit auch anders denken. Weil das ist ja genau mein Thema. Ich bin der Mensch, der Arbeit anders denkt mit der 25-Stunden-Woche und diesem ganzen Drumherum. Und da sind wir halt einfach auch eine vielleicht besondere Steuerkanzlei mit denen, was wir so drumherum auch anbieten im Rahmenparameter. Das macht das Ganze auch freudig. Und das gibt aber auch für die Mitarbeiter das Gefühl, da wird sich gekümmert, die sind wichtig und dadurch geben sie halt auch extremst viel Leistung rein. Das ist so, ja. Und ja, wenn ihr euch fragt, hat die 25-Stunden-Woche immer geklappt jetzt im letzten Jahr? Nein, hat sie nicht. Ist auch nicht schlimm. Da wurde sie für eine Zeit aufgeweicht, da wurde ein bisschen mehr gearbeitet, um die Challenges zu schaffen, die wir da auf der Agenda haben. Und jetzt läuft es wieder. Und das ist halt einfach der Weg, den wir gegangen sind. Der war lang, der war steinig. Ich glaube, man hätte sogar hier und da mal das Gefühl gehabt, man wirft hin. Das heißt wirft hin, aber so im inneren Gefühl. Die Kraft geht mal verloren. Die Kraft geht verloren. Und wie gesagt, ja, man ist dann halt nicht immer nur der Gorilla, ja, und hat die breite Brust und trommelt sich da drauf rum und dann folgen alle dem Silberrücken. Das ist manchmal nicht der Fall. Aber ich kann da auch zustehen, dass das so ist. Deswegen auch heute dieser Talk, um einfach mal zu sagen, euch mal zu erklären, das ist der Grund, warum einfach nicht mehr da gewesen ist. Einfach mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ganz offen ehrlich zu sagen, dass eine Kanzleiübernahme einfach eine verdammt scheißschwierige Aufgabe ist. Besonders dann, wenn es eine analoge Kanzlei ist. Ja, man hat vielleicht auch Vorteile davon, wenn man eine analoge Kanzlei kauft, man kann sie für sich gestalten, wie auch immer. Alles aufwendig, alles schwer. Ich glaube, selbst eine 100% digitale Kanzlei zu kaufen, ist auch nicht so einfach. Das bietet auch Chancen, aber auch Schwierigkeiten. Ich habe mich nur dafür entschieden und ich muss den Weg gehen und ich werde den Weg, glaube ich, mit meinem Team erfolgreich weiterschreiten und wir werden das auch schaffen alles. Aber, wie gesagt, man lernt auch manchmal, denn in dem Kontext demütig zu sein. Erich, ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern auch den ganzen Zuschauern. Deine Offenheit und deine Ehrlichkeit hilft vielleicht dem einen oder anderen jetzt weiter, der auch vor irgendwelchen Entscheidungen steht. Und deswegen sage ich jetzt mal zum Abschluss, Erich, tausend Dank für deine Offenheit und ich glaube, alle Zuschauer werden das auch so sehen. Und wir freuen uns wieder, denke ich, auf Neu-Erich-Talks, dann sitzen andere da und du wieder hier, hoffe ich zumindest. Und deswegen, gute Zeit, lass uns das weitermachen und ja, vielen Dank, liebe Zuschauer und ja, danke, dass du da warst für mich. Erich, gute Zeit für uns beide, für alles. Ciao. Ciao.